So Büros herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es hier mal eine Neuheit 2017 von Brückhoff und zwar hier die Big Bang Celebration. Eine neue Knallkette für 10 Euro Sonderpreis. Sonderpreis? Nein war es nicht. Es war für 7-8 Euro bei der Vitrine bestellt und wir haben hier eine NEM von 49,4 Gramm und Effekt ist Sonder. Sonder. Dann machen wir mal wieder auf hier. Ziemlich nass noch. So eine schöne große Knallkette mit echtem Herz. Also nicht so wie bei Leslie die verarscht, sondern hier gefüllt. Und das Ding lassen wir uns mal ausrollen und an den Baum hängen und dann sehen wir uns gleich beim Test. Viel Spaß. So die Kette hängt jetzt hier nun und jetzt viel Spaß beim Test. Auf jeden Fall ist es ein geiles Teil. Hier sind noch ein paar Überrechte. Ein paar Pufferwege. Schöner Ersatz für die Leslie Knallkette. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal holen für 7-8 Euro. Gutes Teil. So die. Je weiß auf jeden Fall. Ich mach jetzt müloochen.